Power Reading steht für doppelt so schnelles Lesen bei gleichem Textverständnis. Und da bin ich schon bei einem ganz entscheidenden Punkt, denn es bringt Ihnen relativ wenig, wenn Sie am Ende eines Schnelllesetrainings fünfmal so schnell lesen, aber dafür nichts verstanden haben. Bevor wir mit rein starten, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Zach Davis und für diejenigen unter Ihnen, die sich vielleicht gerade dachten, Mensch, konnte man sich nicht für ein Training zum Thema Schnelllesetechniken, Lerntechniken, Gedächtnistechniken jemanden aussuchen, der einen leichter zu verstehenden oder auch leichter zu lesenden Namen besitzt. Ich glaube daran, Dinge, die kompliziert sind oder kompliziert erscheinen, einfach und nutzbar zu machen und starte in dem Zusammenhang gleich mit einem Namen. Eine kleine visuelle Hilfe dazu. Und zwar lernt unser Gehirn vor allem dann besonders leicht neue Informationen, egal ob das ein Name ist, wie in dem Beispiel, ob das Vokabeln sind, ob das andere Fakten sind, die man für das Studium oder für eine Präsentation abspeichern möchte, wenn es diese neuen Informationen mit etwas Altbekanntem verknüpfen kann, also eine Assoziation bildet oder auf gut Deutsch eine Eselsbrücke. Eine Eselsbrücke zu meinem Nachnamen Davis könnte zum Beispiel der Davis Cup sein. Das sind die Tennis-Mannschafts-Weltmeisterschaften für diejenigen, die die Sportart nicht so intensiv verfolgen. Warum diese amerikanische Aussprache? Ganz einfach, ich bin gebürtiger US-Amerikaner, bin in Philadelphia in den USA geboren, bin im reifen Alter von drei Jahren nach Deutschland gekommen, war damals noch nicht ganz so selbstständig mit meinen Entscheidungsfindungsprozessen, wie ich mir das heute einbilde, zu sein, habe lange Zeit im Köln-Bonner-Raum gelebt, habe Betriebswirtschaftslehrer an der Universität Köln studiert und bin nach dem Studium, das war im Jahr 2000, nach München gezogen. Der Anlass war der Start bei einer Unternehmensberatung und war dort bei der KPMG Consulting AG in einem Bereich, der sich bei meiner Vertragsunterschrift nannte Personalberatung. Darunter konnte ich mir was vorstellen. Ein paar Monate später, an meinem ersten tatsächlichen Arbeitstag, wurde mir mitgeteilt, dass es gerade eine Relaunch-Kampagne gegeben hatte und der Bereich gerade frisch umbenannt wurde in World Class Human Resources Consulting. Spätestens jetzt habe ich Sie hoffentlich schwer beeindruckt. Sie haben es also zu tun mit einem ehemaligen World Class Human Resources Consultant. Diese etwas hochtrabende Bereichsbezeichnung war nicht der Grund, den Laden zu verlassen, sondern ich hatte einfach den Wunsch, etwas Eigenes zu machen und habe dann Anfang 2003 ein kleines Trainingsinstitut gegründet namens People Building und bin seitdem unterwegs als Trainer, Redner, Autor, Coach spezialisiert auf das Thema persönliche Effektivität. Das heißt, ich mache nicht 400 verschiedene Dinge, sondern bin auf diesen Themenkomplex persönliche Effektivität beziehungsweise persönliche Effektivitätssteigerung spezialisiert. Das heißt nicht, dass ich alles weiß und schon gar nicht, dass ich alles besser weiß, aber es sind Dinge, mit denen ich mich, ein Themenkomplex, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige. Starten wir mitten rein. Wie nützlich ist dieses Thema Power Reading überhaupt? Wie nützlich ist es, seine Leseeffizienz, seine Lesegeschwindigkeit bei gleichem Textverständnis zu steigern? Das hängt von mehreren Faktoren ab, vor allem davon, wie viel Zeit Sie am Tag mit Lesen verbringen und davon, welche Steigerung möglich ist. Zunächst einmal die Frage an Sie, die Sie vielleicht für sich selbst beantworten können, wie viel Zeit verbringen Sie am Tag im Durchschnitt mit Lesen. Mir ist klar, dass Sie das vermutlich nie statistisch erfasst haben und ganz genau wissen, dass das 2,583 Stunden im statistischen Mittel sind. Aber wie viel macht das aus? Ist das eine Stunde am Tag? Sind das zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden oder sogar noch mehr? Ein kleiner Anhaltswert dazu. Wir wissen, dass Führungskräfte im Durchschnitt ungefähr vier Stunden am Tag mit Lesen verbringen. Das hängt natürlich ein bisschen vom Fachbereich ab, von der Branche. Von eigenen Arbeitsgewohnheiten und einfach von der Informationskultur in dem Umfeld, in dem sich die Person bewegt. Fachlich arbeitende Menschen verbringen typischerweise etwas weniger Zeit als Führungskräfte mit Lesen, wobei es da durchaus auch Menschen gibt, die den ganzen Tag fast nichts anderes machen, als zu lesen. Und natürlich gibt es auch fachlich arbeitende Menschen, die relativ wenig lesen. Aber bei den meisten Menschen nimmt es einen wesentlichen Anteil des Tages ein. Und bei Studenten ist es speziell in der Prüfungsvorbereitung in informationsintensiven Zeiten oft auch ein sehr wesentlicher Anteil des Tages. Erfolgreich lernen mit Lekturio und Dios��� zufrieden Eltern im Untertitel des Tages wie möglich als Pflicht Koende